Liebe Julia, du bist hier für die Hörbuchaufnahme zu Fünf Wörter für Glück. Wir können uns vorstellen, dass der oder die ein oder andere Leser oder Leserin beim Lesen von Fünf Wörter für Glück sehr gerührt ist. Glaubst du, dass die Geschichte durch das Hören eine noch unmittelbarere wird? Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil ja die Protagonistin, also die Heidi, eine eigene Stimme bekommt und wir das Ganze aus der Ich-Perspektive erfahren oder hören in dem Fall. Und das, glaube ich, macht es schon nochmal eine Spur persönlicher, als wenn man es nur liest. Und doch, diese ganze Reise, dieser Weg, diese Schwierigkeiten, die sie da hat, mit ihr mitzugehen, ich glaube ja, doch. Was hat dich an der Geschichte besonders fasziniert? Also witzigerweise hat mich an dieser Geschichte besonders fasziniert, dass es eine autobiografische Begebenheit ist, weil ich nie gedacht hätte, dass man beim Joggen ein Bein verlieren kann. Also es klingt jetzt irgendwie krass, aber es ist ja so passiert und der Autorin ist das aber auch passiert und die hat das daraufhin aufgeschrieben, zwar in einer fiktiven Geschichte verpackt, aber das ist ihr Erlebnis gewesen, was sie hatte. Und das hat mich sehr fasziniert, dass es also wirklich so weit kommen kann, dass man durch einen Sturz sie so verdreht, dass die Blutzufuhr unterbrochen wird und man dadurch ein Bein verliert. Und dann natürlich auch der Kampf von Heidi, der dann losgeht, also wieder ins Leben zurückzufinden mit dieser unglaublich großen Beeinträchtigung. Das ist auch sehr faszinierend, auf jeden Fall. Hast du auch einen Fünf-Punkte-Plan zum Glück? Also erstmal nein, ich habe keinen Fünf-Punkte-Plan zum Glück. Ich finde das auch, sage ich mal, wenn man es jetzt so allgemein nimmt, total schwierig, weil was ist Glück? Glück ist für mich kein andauerndes Gefühl oder kein Zustand, der lange andauert, sondern Glück sind für mich einzelne Momente, die ich erfahre und in denen ich glücklich bin. Aber das kann man nicht festhalten oder einfach so wiederherstellen. Das muss sich ergeben. Und in der Geschichte hat natürlich dieser Fünf-Punkte-Plan eine andere Bedeutung, weil sie sich ins Leben zurückkämpft und danach fünf Punkten geht, die sie abarbeitet und die ihr wichtig sind und durch die sie wieder glücklich wird. Deswegen, ich finde es schwer zu vergleichen mit mir oder dem normalen Leben. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, wenn man sich so einfach so einen Plan macht, wo man jetzt aufschreibt, die fünf Punkte erreiche ich und dann bin ich glücklich. Das wird so nicht funktionieren. Bei Heidi hat es ein Stück weit funktioniert, aber am Ende der Geschichte hat man auch das Gefühl, okay, es geht jetzt noch weiter und nur weil sie den Fünf-Punkte-Plan abgearbeitet hat, ist es jetzt nicht zu Ende. Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut.